Dann haben wir noch kurz vor Schluss erhalten von der Firma Pyro Artists ein paar Single-Rows. Und da ist das Besondere dran, die sind tatsächlich alle in der Kategorie T1 verortet. Ihr wisst alle, was T1 bedeutet. Technisches Feuerwerk ist im Prinzip ganzjährig für jeden ab 18 zu erwerben. Es gibt einige Dinge, wie man es dann verschießen darf, aber sind alle in T1. Auf der Nummer 37 die Single-Row Green Stroke, Main. T1 muss man sagen, schön. Pyro Artists, Thai Brain Willow-Croset auf der Position 38. Und auf der Position 39 Silverspinner with Cracklin Mine. Hier geht es aber in ein nasses Hülschen. Auf der Position 41 Purple Moving Star with Cracklin Mine. Auf der Position 41 Purple Moving Star with Cracklin Mine. Zack! Hop clubs吃 vielerved! Das ist ja irgendwie so viel dobr. Jetzt ist meine Strophe wie ziemlich schnell. Dann zieht sich meine Strophen einschließlich. W следующigerens ist bei den Herausforderungen das Tor noch quasi an. Und auf der Position 43 Blue Crosette. Nummer 44, Position 44, Time Rain Willow with Blue Dahlia. Also irgendjemand da hinten mag Crankling echt gerne, gell? Ja da gooo! Ja da gooo! Untertitelung des ZDF für funk, 2017